Also würden das keine Leute gucken? Das sieht aus wie so ne Dia-Show. Gib mir mal bitte schnell deinen... Gib mir mal bitte deinen Diamond Trudel, dann kannst du das... Ich kann das auch einfach für dich abbauen. Also würden das denn keine Leute gucken wollen? Nein, keiner will das gucken. Also würden schon welche gucken, aber das... Glaube ich, dass die Rezensionen nicht so gut aussehen. Oh Mann, ja. Weil ich will so ganz viele Zeigentrick-Dinger so machen. Nein, keine Formel. Einfach nur so, zum Beispiel so Tarzan ab 18 oder so, keine Ahnung. Und das kannst du? Keine Ahnung, ich könnte malen, nur es wäre verdammt hässlich. Nein, nach Zeilen. Deswegen dachte ich auch nur ein Bild die Sekunde, damit ich nicht so viel Arbeit habe. Johnny, kannst du mir schnell deinen Diamond Trudel geben? Verpiss dich. Kannst du mir deinen Diamond Trudel geben? Ja. Was tue ich denn mit? Mann, das Scheiß-Teil ist leer. Leid mich am Haas. Ich wusste, dass du es willst. Ich habe es extra leer gemacht. So, also jetzt muss ich wieder nach Besucherhausen, ne? Die Smartypeer... Ne, keine Ahnung, ich meins ernst. Das wäre dann verdammt hässlich. Irgendwie so ein Kackstrichmännchen. Eine Mama hat von meiner Welt genommen... Loool, wo sind meine ganzen Waypoints? Auch keine. Loool, die sind einfach alle weg. Ich habe auch keine. Ich schon. Du bist nur angelogen. Du bist einfach eine Scheiße-Sein. Ach, weil ich ein Backup geladen habe. Na toll. Ich hoffe, du weißt, dass Johnny ist gay. Das weiß ich jetzt nicht mehr. So, A-Way-Po... A-Way-Points-at... ...home... ...rot... Aua. Ich fand sie irgendwo. Allein in Mexiko. Ach, das sieht ja scheiße aus. Susanne. Susanne. Johnny steckt sich Sachen in den Po. Susanne. Ich habe mir niemals eine Susanne in den Po. Sag mal, kannst du nicht von Johnny die Sachen holen? Die hat doch eine riesen Dingsens. Ja, aber du musst doch auch mal die Besucher versorgen. Er versorgt doch dich gerade mit Zeug. Nein. Ich lade nur meinen Generator auf. Nein, mein Diamond Drill. Lade da mal... Mach mal so ein paar rote Kristalle und lade die auf. Habe ich ein paar Millionen EU geklaut. Ich glaube, das mache ich mal. Ich mache mir ein ganzes Inventar mit den Dingern voll. Dann lade ich die alle auf. Wie heißt nochmal das Ding? Affe. Giraffe. Nein, 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 nein. Von Thermal Expensive. Das ist, was Wasser leitet, aber von Thermal Expensive. Was war das ... Aprikakartoffelchips. Genau! Water, water. Da ist das schusslich. Da schusslich noch hier, Buch. Oh, das ist Schutz. Lern Deutsch, kann er gar nicht. Der ist weg. das ist ja schön für dich dass wer weg ist so die Minenwagen kann ich da hin verdammt wo ist denn jetzt Besucherhausen hier spawns Zombies nummer so muss ich da jetzt eben hinfahren lol ich war auf einer Seite und hab dich tot gemacht man das ist jetzt aber echt du hast explodiert da ich bin doch am Arbeiten ey lol da sind doch extra diese Dinger angeschlossen warum arbeiten die nicht es macht nein da sind drei Magmatic Engines drin aber die arbeiten nicht ja weil da auch kein Magma ist was tue ich jetzt ich gehe was ist denn das da waterproof man wann haben sie kein schönes waterproof Hunger Hunger Durst Atmosphäre niemand geht essen wegen irgendeiner Atmosphäre sondern wegen den Bürgern BÜRGER 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 ja aber dann sind das auch irgendwie Arbeitslose ja und jeder weiß Arbeitslose sind Arbeitslos und Pferde sind schlechte Menschen Pferde sind schlechte Menschen Pferde sind schlechte Menschen ja die können es einfach nicht die können ja nicht mal lesen und schreiben die sind voll dumm nein nein keine Ahnung die sind so ein Stück behindert ne die sind so ein Stück Pferdisch Pferde gut den kann ich jetzt nämlich mal ist das nicht wie wieso sollte man das nicht in der Grundschule lernen können vielleicht von dieser Person so ein Autostick für die LRS oder so was DLS DLS LRS Lese rechts Schreibschwäsche okay aaaah Johnny was brauchst du hier eigentlich hier ein Berg ich hab doch gesagt das läuft mir ein das sollte erst ein Hochhaus sein und jetzt baue ich da eine mittelalterliche Stadt ne eher eine außer Antike ne und heutes Haus ist voll direkt oh oh mir ist was richtig fieses eingefallen soll ich das sagen soll ich das sagen das ist echt gemein sag doch ich weiß nicht Robin mhm ich hab was aber das ist richtig gemein soll ich das sagen sag doch wenn ich jetzt eben schlecht vollzähl ich das wenn ich wenn ich schlecht über Leute rede mit einer Lese Rechtschreibschwäche dann können die die ja nichts machen die können ja keinen Kommentar schreiben das ist aber echt gemein irgendwie ja dann lass es lieber ja hä wieso ich hab das doch jetzt gesagt achso achso ja ich mein die können sich ja nicht beschweren weil die ja nicht schreiben können ja das stimmt das ist aber echt gemein äh doch die können schreiben bloß das ist dann ähm wie hieß das Wort nochmal warte mir fällt gleich wieder ein das sieht dann halt so aus wie ob es ein Affe auf die Tastatur gehauen hat echt also mit sehr vielen Rechtschreibfehlern kommt ganz drauf an wie stark die L.A.S. ist das gibt's Leute bei denen merkst du's kaum das gibt's Leute die haben einfach nur Probleme beim Lesen die stottern halt ein bisschen aber sonst merkst du's eigentlich nicht mhm ich bin grad bei dir zuhause und wollte da irgendwas machen genau ich töte grad Spinnen weil Spinnen böse Menschen sind Spinnen sind Torensöhner hol den Sohn also sozusagen jede Prostituierte die ein Kind bekommt bringt ne Spinne zur Welt ganz genau weil das ist echt die Vorstellung ist echt widerlich aber vor allem das ist auch komisch weil in meinem Zimmer ganz viele Spinnen sind warum sind in deinem Zimmer denn ganz viele Spinnen da muss ja auch unter meinem Bett ne Prostituierte wohnen oder wie unter meinem Fernsehschrank kommen jede einmal im Jahr Spinnen raus oh mein Gott ich hab ne Prostituierte unter dem Schrank deswegen war Brad Pitt letztendlich in meinem Zimmer und hat nach Barbara gefragt oh mein Gott er so hi ich so hi was machen sie hier er so ich wollte nur zu Barbara hier wohnt keine Barbara aber sie hat mir deine Adresse gegeben und da steht auch noch im Anhang unter dem Bett von Jonas und ich so okay na dann viel Spaß und ist ja unter meinem Bett gekrochen und nach so 10 Minuten wieder raus gekommen hat seine Krawatte gefunden und hat gesagt äh hier das ist für dich fürs Aufpassen das hat mir echt Angst gemacht weißt ja du bist so richtig kaputt man ganz ehrlich das muss man auch als YouTuber sein ich weiß nicht ich bin echt kaputt oder ich mein wer hat bitte so ne kranke Fantasie Barbara da ja oh lass das mal ich fand dich irgendwo allein in Bangladesch okay das war jetzt das letzte Mal in Zukunft lasse ich das wozu brauchst du Kaktusgrün Waterproof Johnny ja bau mal ne Mining Turtle egal welche Spitzhacke bitte bau einfach einen okay okay dann mach ich das mit dir mein Spitzhacke ne ne ohne wieso einfach bau einfach einen ich sag's nicht später brauchst du die zum craften ja sicher oder willst du irgendwas beim Robin kaputt machen ich will nichts beim Robin kaputt machen schade Robin ist voll still Robin Konzentration ey komm sonst laberst du immer Konzentration du laberst immer irgendeine scheiße also okay ähm Noten Deine Maman von Männern Geld genommen im Puff da bist du zur Welt gekommen Kindergarten was du einen hatte Harten ich hatte im Kindergarten ganz oft einen Harten ich auch das Gangster Baby sozusagen Hinten und wenn's die Bienen hat was fehlt denn Holz ja das ist ja nur kein Problem Indigo 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 Weißbrot Geister, Geister, Geister Weißbrot Hä, lol Geothermalgener LOL Hast du hier das Ding Weggemacht, Rados? Ach ja Braucht wir was Mann Du kannst nicht einfach die Lava-Versorgung Wegmachen Doch, hast du doch gesehen, kann ich Macker Geister, Robin, macht da Unsinn Weißbrot Yum, 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 yum Yum, 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 yum Yum, yum Yum, yum, yum Yum, 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 yum Yum, 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 yum Bienen, Bienen Bienchen und Blümchen habe ich hier noch drin Grün, grün, grün Sind alle Meine Felder Hitler Alter Man lasst das jetzt Ich hab doch gar nichts gesagt Ich mein, ich hab extra aufgehört mit so'n Sachen Weil ich das ja auch versprochen hab Und dann kommst du Scheiße Ich, ich folge Jetzt komm mal zu mir Ich folge dir Ich, ich Gib dir mal zu mir, Johnny Ich hab anderthalb Herzen Zweieinhalb Hungerkeulen Und, joa Und bring mal ne Redstone Äh, Redstone Ne, Redstone Teil mit, egal Ja, okay Ja, das ist doch bei mir alles Ja, warte Wo war's Achso, ja, ich geh mal lieber raus Hast du ne Mining-Dings da gebaut? Ne, noch nicht Ich hab hier keine Ressourcen Die sind alle in dem Hochhaus Deswegen weiß ich nicht, wie man die baut Du hast NEI, da steht's drin Wo zum Kopf nicht hergelandet Dann kannst du das hier machen Ja, aber ich kann nicht alles machen Du musst mir helfen Ich will dir nicht helfen, mir zu helfen Johnny ist zu faul Das solltest du mittlerweile wissen Was für ein Pimmelberger Robin Johnny Johnny Spongebob Spongebob Robin, ich füll Sandstein Soll ich meinen Shop wieder auffüllen Dass du Sandstein kaufen kannst? Du sollst deine Hose ausziehen Äh, ich bin nackt Oh, cool Das wird echt langweilig Gib mir was zu essen Ich hab Hunger Und dann füll deinen Shop auf Und dann Ach, nichts Bin dabei Alter, das war so lustig Ich hab heute eine Folge Simpsons geguckt Da ist Hat Grandpa sich in so ne Frau verliebt Und die ist dann gestorben Und er hat 100.000 Ich hab dir in den Mund gekackt Alter Und Ähm Da Jetzt hab ich Ich hab aber leider vergessen Was da so lustig war Also ich hätte das jetzt auch nicht erwähnen brauchen Man Ich weiß nicht mehr Das war irgendwas Sexuelles Ähm Ja klar Kondo 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 Nee Irgend so ein Wort So wie Kondom Oder irgendwas sexuelles War so abgehackt Weil die dann die Szene gewechselt haben Das war richtig witzig Okay, Johnny, kommst du mit? Wohin? Ich füge Warum kaufst du Sandstein bei ihm Aus Weil ich keine Lust hab, selbst welche zu sammeln Hab ich denn schon einen Sandstein-Shop? Ich füge dich zu meinem Haus Und dann zeige ich dir, wie schön das da ist Äh, äh, dein Dings da Hallo, Johnny Dein Nick Ferry tut Sachen ausspucken Und davon ist wenig Hä, wieso denn? Ja, frag mich nicht, warum die spucken Das ist komisch, weil letzte Folge hat das Transportpipe noch geklappt Das Face Transportpipe Oder hast du es abgebaut und wieder neu gesetzt Nein, habe ich nicht Dann, weiß ich auch nicht Frequenz 2 Scheiße Ja, komm mal zu mir, Regis Ich kann das nicht Ich bin voll Ja, warte, ich guck eben Mama, wirst du das? Ein bisschen Sandstein-Clown So, mal gucken Passiert eigentlich was? Warte mal Ich muss mal eben was abchecken Geil Ich muss nie wieder daran erinnert werden, in die Quarryville zu gehen Wieso nicht? Darum Jetzt sag ich nicht, du hast ja irgendwie einen Worldanker gebaut Nee, das nicht, aber Dann hau ich dir ins Gesicht LOL, und schon ist der Lavatank alle Hä, aber der verteilt hier doch noch in die Kisten Alter, warum fließt das so schnell? Sag dir doch, ich baute dich schneller Ja, aber wieso fließen die Dinger denn so schnell Hier in den Rohren Weil das Goldrohre sind, die sind einfach so schnell Ist das nicht schlecht? Nein Scheißegal Und warum spuckt der das denn bei Rados, also an meinem Quarryville, warum spuckt der da alles aus? Jetzt hat er aufgehört zu spucken Und wieso hat er es kurz gespuckt? Weiß ich nicht Seid ihr etwa high Okay, aber ich, okay Deine Quarry ist nicht langsam Schon Boah, Alter, wie hast denn das so schnell gemacht? Alter Danke Ja, dann helfe mal, genieße Spinnen hier Wo bist du überhaupt? Hier, hinter dir Halt still, halt still LOL Wenn man zu nah an einem Monster steht und mit dem Bogen schießt, mit dem Legia Dann kommt ein Pfeil immer, dann prallt manchmal ein Pfeil ab Und ich stand ganz nah, hatte anderthalb Herzen Ich hab mich selbst abgeknallt mit dem Bogen Weil der abgeprallt ist, der zweite Pfeil Zurück kam und mir ins Gesicht Alter Johnny war shot bei Johnny Das ist cool Hallo, Halt Angela, Hallihallo Hallo Ich zeig euch, was du machen Ja, aber der spuckt hier immer noch Samt aus Eins brauche ich Fünf, warte Ja, ich weiß nicht wieso Vielleicht, weil das zu schnell ist Du meinst, dass die Goldpipe durch eine Cobblestone ersetzen Vielleicht geht es dann nicht so schnell Oder ich mach hier einfach die Solarplatten weg Dann ist es nicht Ja, die kannst du mir geben Dann baustammt noch was auf Okay LOL Was geht denn jetzt? Ist ein Tickchen langsamer Nicht viel, aber Ich hab das Ding versteckt Nur mal so Ah, du weißt schon, dass du damit jetzt die Aufnahme ein bisschen kaputt machst Weil das alles übertönt Achso Wann, du Warte, wenn ich ganz leise stelle Wie leise ist es dann? Ne, immer noch zu laut Jetzt war das richtig behindert aus Au Johnny, die greift mich an Ich hab Angst So, ich glotz mir das auch mal an So aus Interesse Ich bin wie die Chinesen Gleich steht's bei ihm auch Mit dich und dir Ganz genau Ne, ich arbeite später mit Tesseracts Das wird dann nochmal ein Stiefchen geiler Ja, siehst du, du spuckst hier einfach Warte, ich guck's mir gleich an Irgendwie muss grad mal die Welt aufbauen Ist nicht schön Hast du vielleicht jemand von euch eine Cobblestone-Transport-Pipe? Das ist das Rv, du spuckst nur Ich bin immer stolz Von der Ich bin 2000 Untertitel